Heute war sie an der Reihe, die Location für unsere Sexspielchen zu bestimmen. Ich war gespannt. Wie immer bei unserem Spieltreffen fühlte ich schon Stunden vorher eine gewisse Erregung in Anbetracht des sexuellen Vergnügens, das uns auch heute hoffentlich wieder erwartete. Der Tag dafür hätte nicht geeigneter sein können. Schwül, fast heiß. Die Sonne brannte vom blauen Himmel, ein Wetter, das den Kopf lahmlegte und den Körper wachmachte. Wendy sah wie immer sehr attraktiv aus. Das geblümte kurze Kleid mit dem tiefen Ausschnitt stand ihr gut. Es war ein bisschen kurz für meinen Geschmack, aber Wendys Beine konnten es sich leisten. Es war ein bisschen tief ausgeschnitten, meiner Ansicht nach, aber Wendys Brüste hatten es nicht verdient, versteckt zu werden. Ihre Figur war insgesamt ziemlich vollkommen. Das hatte ich schon oft gedacht, manchmal ein bisschen neidisch, manchmal einfach nur anerkennend. Wow, du siehst klasse aus, sagte meine Freundin heute zu mir. Wir meinten unsere Komplimente ehrlich miteinander und mein Spiegelbild hatte es mir auch schon bestätigt. Der neue Jeansrock saß perfekt und das Oberteil passte prima dazu. Ich hatte uns zur Einstimmung einen Cocktail gemixt mit etwas Rum darin. Es war zu früh am Tag, um beschwipst zu sein, aber es gehörte dazu, sich ein bisschen Alkohol zu genehmigen, bevor wir loszogen, um unsere Spielchen zu spielen. Die Sonne stand hoch am Himmel und ich wartete gespannt, wo wir hingehen würden. Beim zweiten Cocktail spreizte Wendy ihre Beine. Natürlich trug sie schon jetzt keinen Slip unter dem Kleid. Ich behielt das Höschen immer noch so lange an, bis wir da angekommen waren, wo unser Spielchen stattfinden sollte. Vorher schon nackt rumzulaufen, traute ich mich nicht. Wendy hatte sich total rasiert und sie spreizte die Beine so, dass ich absolut alles sehen konnte. Die Fronten zwischen uns sind seit langem geklärt. Ich stehe nicht auf weibliche Körper und auch Wendy, die über ein breites sexuelles Spektrum verfügt, hatte es noch nie mit einer Frau getrieben, weil, O-Ton, Eine Frau ist mir einfach nicht männlich genug. Zwischen ihr und mir gab es also keine Lust aufeinander, aber ich muss sagen, der Anblick dieser total rasierten Körperstelle ging nicht so ganz spurlos an mir vorüber. Und auch wenn ich sie da sicherlich nicht anfassen wollte, so war der Anblick doch zumindest den Anflug einer Erregung wert. Sie lächelte über meinen vielsagenden Blick und klappte ihre Beine wieder zu. So, genug geguckt, meine liebste Freundin. Ich lächelte zurück und die Erregung verflog. Wendy sog intensiv an dem Strohhalm ihres Cocktails und sagte, Also, heute spielen wir wieder unser Ohne-Hüsschen-Spiel, richtig? Ich nickte zustimmt. Gern, und wo fangen wir an? Wendy erklärte mir die Reihenfolge unserer Spielplätze. Außerdem, fügte sie geheimnisvoll hinzu, werden wir ins Treasure Beach gehen. Das ist absolut neu und absolut angesagt, du wirst sehen. Da gucken uns nur die coolsten Typen zwischen die Beine. Ich ließ mich von ihrer Vorfreude anstecken und mixte uns gleich noch einen weiteren Cocktail. Allerdings solltest du dich für so eine angesagte Location auch untenrum fein rausputzen. Wendy lachte vor heller Begeisterung über ihren Vorschlag. Obwohl mir solche freizügigen Worte immer noch peinlich waren, lachte ich mit. Während Wendy zufrieden an dem Cocktail nippte, rasierte ich mich also untenrum. Ich rasierte aber nicht alles blank, denn das steht mir nicht, finde ich. Ich ließ noch einen schmalen Streifen stehen. Lass mal sehen. Wendy war wie immer völlig ungeniert. Ich zögerte aber, dann zog ich den Rock hoch und spreizte ein bisschen meine Beine. Ihre Augen verengten sich zu schlitzen. Na, meine Liebe, da hättest du ruhig noch mehr rasieren können. Man sieht ihn ja gar nicht. Ich klappte meine Beine schnell wieder zu. Mir reicht das so. Wir werden ja sehen, was besser ankommt, murmelte ich mit hochrotem Kopf. Wir fuhren in Wendys coolen Cabri und die Stadt und waren bester Laune. Der Wind blies in den offenen Wagen, wirbelte unsere Röcke hoch und bescherte uns stimulierende Vorfreude. Wir besuchten nicht sofort den neuen, hippen Biergarten, sondern wählten einen älteren. Zum Aufwärmen können wir erst einmal hier hingehen. Solche Gedanken konnte einfach nur jemand wie Wendy haben. Darauf wäre ich nie gekommen.